ich selber bin mit so einem fischerbike unterwegs noch nicht allzu lange aber ganz passabel gefällt mir das ebike das hat was im gebirge ohne mein gott ich würde nicht hochkommen zwecklos weil hier geht es wirklich rauf und runter und mit dem auto kommt er wie gesagt an den fundstellen nicht hin müsste viel wandern und darauf habe ich auch kein bock auf viel wandern also viel fahrradfahren viel besser